Am 4. und 5. Mai 2002 fand in Essen-Vogelheim die erste internationale Essener Stadtmeisterschaft im Amateurboxen statt. Der Sportclub Vogelheim richtete diese Veranstaltung in der Turnhalle Forststraße aus. Der Eingang zur Boxveranstaltung Aufbau des Boxrings am 4. Mai 2002 Den Boxring hat Karl-Heinz Wolf in Eigenregie zusammengestellt und gebaut. Die Bestuhlung steht Das Buffet für die Zuschauer ist komplett An der Waage Hans Westerfeld und Rocco Bonavita Franz Stahlschmidt und der Verbandsart Bernd Franzen sowie Werner Schäfer Der Sponsor dieser Veranstaltung Bernhard Ritter von Radeck vom Orden St. Georg Von links Gregory Bartschew, Bernhard Ritter von Radeck, Patrick Korte und Sandro Zenker Essener Stadtmeister wurde Peter Taurus von Boxfreunde Bottrop Essener Stadtmeister wurde Daniel Ossenberg vom ASV Wuppertal Es boxen in der Junioren 67 kg Sandro Zenker Sportclub Vogelheim gegen Werner Hügel ABC Homberg Die Urkunde wurde vom Ratsherrn Frieb Preiss überreicht Essener Stadtmeister wurde Werner Hügel ABC Homberg Essener Stadtmeister wurde David Lenhardt ASV Wuppertal Die Urkunde wurde vom Ratsherrn Frieb Preiss überreicht In der Juniorenklasse ein über 91 kg boxte Patrick Korte Sportclub Vogelheim gegen Skelgiem Gazi WBC Duisburg Essener Stadtmeister wurde Skelgiem Gazi WBC Duisburg Die Urkunde wurde vom Ratsherrn Frieb Preiss überreicht Essener Stadtmeister wurde Dennis Quint Boxring Neuss Die Urkunde wurde vom Sponsor Ratsherrn Weiss überreicht Rechts sitzt der Sponsor dieser Veranstaltung Bernhard Ritter von Radeck Die Ringrichter Werner Schäfer mit einem Getränk und Klaus Beckmann Essener Stadtmeister wurde Simon Kotz vom WBC Duisburg Die Urkunde wurde vom Sponsor Ratsherrn Weiss überreicht Essener Stadtmeister wurde Anton Dick B.C. Treusdorf Die Urkunde wurde von der Sponsorin Frau Winkelset überreicht Essener Stadtmeister wurde Mark Tsenia ASV Bocholt Die Urkunde wurde vom Sponsor Herr Walkowiak überreicht Essener Stadtmeister wurde Amit Lavkir Tuss Gerresheim Essener Stadtmeister wurde Amit Lavkir Tuss Gerresheim Die Urkunde wurde vom Sponsor Herrn Tanddezke überreicht Essener Stadtmeister wurde Fritz Ehrenstein Tuss Gerresheim Essener Stadtmeister wurde Fritz Ehrenstein Tuss Gerresheim Die Urkunde überreicht die Sponsorin Frau Winkelset Der erste Tag der Veranstaltung ist gut verlaufen Der erste Tag der Veranstaltung ist gut verlaufen Hier die Ringecke unseres Sponsors dieser Veranstaltung Der 5. Mai 2002 der zweite Veranstaltungstag In der Junioren Klasse 67 Kilogramm boxt Sandro Zenker Sportklub Vogelheim gegen Gökhan Kaja BSU Wuppertal Der Trainer Franz Stahlschmidt betreut in der Ecke Sandro Zenker Essener Stadtmeister wurde Gökhan Kaja BSU Wuppertal Die Urkunde wurde überreicht von Peter Hoffmann Vereinsmitglied Essener Stadtmeister wurde Danny Jeremies Boxring Neuss Die Urkunde wurde überreicht von Peter Hoffmann Vereinsmitglied In der Jugendklasse A 63 Kilogramm boxt Daniel Broth Boxring Kannab Delwig gegen Eugenie Zobwa Boxring Neuss Essener Stadtmeister wurde Eugenie Zobwa Boxring Neuss Die Urkunde wurde überreicht von Peter Hoffmann Vereinsmitglied Die Urkunde wurde überreicht von Peter Hoffmann Untertitelung des ZDF, 2020